Musik 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 Ja eigentlich nur weiblich Ja Musik 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 Oh! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Septum passt, das ist ganz gut Das geht also gleich los Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung Ja, eine Deckung, eine Deckung Waffentest initialisiert, eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele Okay Nix, nachladen Bisschen sperrt Waffentest initialisiert Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele Sekundärwaffentest erfolgreich Willkommen an Bord, Agent Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nord-Ost-Sektion Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert Begeben Sie sich zum nächsten Safehouse Für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung Kali Kann ich mit dem hier Wählen, wählen Ach Ja, okay. Ja, okay. Okay, schauen wir mal los. Nice. Ich habe nichts, was Sie wollen. Für mich. Sie betreten einen sicheren Bereich. Moin, Jungs. Was wird? Wir rennen sogar einen anderen rum. Oh, das ist gut. Wie cool ist das? Okay. Wollen wir uns mal unsere gratis Sachen machen? Können wir die denn schon nutzen? Da stand er vorhin beim Ausstattungshändler, oder? Hä? Willkommen zurück. Ich bin Rick Valassi und ihr, ihr glücklichen Bastarde hört. Wouldn't you know it? Und wenn ihr zuhört, heißt das, dass ihr echt glückliche Bastarde seid. Ihr habt anscheinend in der Gen-Loterie gewonnen und könnt euch das grüne Gift nicht einfach wie die anderen 95 Prozent der Menschheit. Oh nein. Ja, alles gut. Ihr könnt hier rumsitzen, Wormungslutschen und zusehen, wie geliebte Menschen da hinwägen. In einen Müllsack gepackt und in eine Massenverwohnung... Ja, das große rausgezogen, was? Was ist das hier, der Darkroom, Leute? Hilfe! Oh! Aber vorhin was von... Das ist auch nicht Ebola oder Marburg. Es stammt nicht aus Fledermaus-Scheiße, die von Affen geflossen wurde, die dann wieder von irgendwelchen Idioten verspeist wurden. Nein, ich sage euch, wo es herkommt. Aus dem Labor. Das ist irgendwo ein künstliches Zeug, Leute. Irgendwer hat das zusammengebraut. Absichtlich. Vielleicht ist es zufällig entwichen oder es wurde freigesetzt. Aber so oder so, wenn ihr nicht glaubt, dass die Regierung irgendwie darin verwickelt ist, dann habt ihr A, nicht meine Quellen und B, Hey, sehen Sie sich die Ware an. Denn Gott weiß, dass Situationen wie diese machthungrigen Leuten keinen Vorteil bringen. Stimmt's? Nein! Natürlich nicht! Niemals! Warte auf, New York! Mach die Augen auf! Hey! Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielleicht. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich, Lieutenant. Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie ein Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihre Kriegsgebiet verwandeln. Über alles, was... ...zureich zu erhalten. Ok. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung akzioniert. Identität bestätigt. ... Okay. Ja. Okay. Oh, man. Wenn das hier vorbei ist, habe ich keine Ahnung mehr auf dem Kopf. Bitte Tafe House zum Einsatz der SH die Ausrüstung verlassen. Und wenn du einen von den Rikers Typen siehst, halte dich für ein Funken verstanden. Sei smart. Sei smart. Okay. Wollen wir mal los? Ich hab hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Ja, äh... Ich hab doch Premium-Gegenstände irgendwie. Ich bin da, wenn Sie sich umentscheiden. Ja, schön. Sie verpassen was. Inventar. Aha, Inventar. Oh. Naja, geh auch. Egal. Oh. Egal. Agent. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Ja. Holen Sie die Vorräte zurück. Bitte nicht, ich flehe Sie an. Ich hab Familie, hä? Tja, ich nicht. Nicht mehr. Ja. Halt schon das Maul! Ich bin hier drüber. Hilfe. Und den Schwack hier. Aha. Wir werden mal hochbettern. Ja, nehmen wir uns Zeit von... Ja, nehmen wir uns Zeit von... ... Baghdad. Oh, das ist ja schon schon. Und wenn ich... ... was war denn? Oh! Oh, das ist doch... Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh. Oh, 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 oh! Wenn ich sie abgekleilt habe, kann ich sie also nicht. Markierte Position in der Nähe. Bereich gesichert, Gegner neutralisiert. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Bringen wir es hinter uns! Es ist jetzt vorbei! Das werden sie wünschen! Warnung! 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 Wie viele sind jetzt hier? Ach, der Nutz, Jay. Was für ein Skill? Irgendwie. Was für ein Skill? Was für ein Skill? Irgendwie. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Vermisste Vorratskiste geordnet. Irgendwas stimmt nicht mit dem LK-Typen. Scheiß drauf. Das alles gehört uns! Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Glockenläuten Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Tut was zu tun ist! Was dauert das so lange? Warnung! Bringen wir das hinter uns! Beschätigt! Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit! Warnung! Warnung! Sie wissen nicht, wie wir beginnen! Gut, dass sie bei uns sehen! Ziele ist sicher! Keine Gegner mehr entdeckt! Gute Arbeit, Agent! Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten! Warnung! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Na los! Gib mir was! Nur wertlose Münzen. Haltet euch nicht zurück! Nicht jeder gegen uns. Hallo? Alles okay da draußen? Hey! Ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich auf jeden Tag. Wir wissen zu schätzen, was Sie tun. Schrecklich! Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ichempelie! Wenn die Haltung Humans einen Geben wir mal und zurück zum Safe House. Das war's für heute. 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 Warnung, Gegner in die an sich. Warnung, Gegner in die an sich. Okay. Alarm, Feinde entdeckt. Warnung, Gegner in die an sich. 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 Warnung, Gegner. Warnung, Gegner in die an sich. 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 Dankeschön. 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 Dankeschön.